servus get the wargamer hardcore strategin und solche dies vielleicht noch werden wollen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode hier in one is 2 spielzug 68 4 oktober 8 1942 und wir haben letztes mal aufgehört hier bei der zweiten armee und müssen wir schauen was sich hier tut denn ich bin jetzt auch mal die luft aufklärung ein ist zwar nur unmerklich zu sehen aber wir haben ein bisschen luft aufklärung wir haben also so wie es aussieht die sorbets nur alle einheit in einer frontlinie hier vorne allerdings stehen hier ein paar schwere einheiten hier in diesem hexfeld steht die siebte schützenkorn die 25 schützenbrigade mit einem angriffswert von 32 und hier unten das 23 der schützen kommen im angriffswert von 24 als gegen auf unserer gegenseite stehen lediglich drei divisionen die alle nur um die vier angriffswerte haben und auch eingegraben nur 18 20 und hier unten 12 die 96 hat nur 12 verteidigungswert da müssen wir ein bisschen aufpassen dass die sowjet hier nicht nicht rein drücken wir schauen es mal an ob wir noch reserven haben die 61 haben ja gerade erst rausgezogen ins refit ja die reserven sind mich jetzt hier echt ausgedünnt zwar massiv vierte panzer mir könnte noch einheiten empfangen die zweite armee 20 von 27 befehlshaber punkten das heißt ich kann hier noch zwei divisionen überführen mit drei sogar drei division hätten noch platz die bräuchte ich auch dringend ich brauche hier oben bei ivano wo euch definitiv eine bessere verteidigung ist bloß die frage wo ich die abziehe ich kann eigentlich nur anfangen ganz im süden abzuziehen also interessant gut wäre es wenn ich irgendwo eine eine division in regimente verteilen könnte aufteilen könnte und dann eine division rauszuziehen ist es bloß die frage wo könnte ich das machen sieht mir hier eigentlich in diesem bereich relativ gut aus sieht es auch nicht alles schwierig habe ich weitere einheiten im raum stehen die ich noch anführen kann habe ich hier irgendwas was hier in der nähe steht nehmen wir noch wo müssen wir auf alle fälle halten wo ziehe ich jetzt hier bei der neunten armee als gut name einheiten ab hier scheint sich auch was anzudeuten hier in den in dem bereich ist aber luftwaffe geparkt wen ziehen wir hier raus wo nichts ist gell irgendwo das feld ist 31 gegenüber steht 6 12 22 angriffswert das ist auch nicht gut die division haben wir jetzt gerade ins refit geschickt ich habe hier keine division mehr übrig die ich irgendwo ordentlich rausziehen kann aber irgendwo muss ich ich muss irgendeine lücke jetzt aufmachen ist da was ich mache die lücke hier auf wir gott bringt mir auch nichts doch zieht jetzt hier raus wir stellen die auf reserve das wird von 11 verteilungswert von 15 alles wird schon schief gehen was anders bleibt jetzt gerade nicht übrig dann sind wir aber tatsächlich auch im bereich der zweiten armee auch schon fertig gefällt mir gar nicht mal schauen auf alle fälle die truppen bewegung hier hinten in dem bereich wie heißt die ortschaft bei vias nicki und volozia sollten auf alle fälle muss ich auf alle fälle ein bisschen im auge behalten damit sind wir bei der zweiten armee schon durch kommen wir rüber zur neunten armee da denke ich kann man in allen bereichen gut stehen bleiben die einheiten sind auch größten hat schon wieder wieder hergestellt 82 prozent soll stärke hier 78 prozent soll stärken nachschub ist auch schon recht gut munition ist auch schon recht gut also die armee kann dort recht gut bleiben denke ich wir haben hier aber auch relativ stark und luftwaffeneinsatz gehabt das war jetzt dann müssen wir am ende noch mal schauen ich muss noch ich habe auf die karte doch einige einheiten gebracht so mal schauen beim okl schauen wir mal beim okl nach was die einheiten haben genau flack regiment da haben wir jede menge flack regiment da werden jetzt natürlich unsere flack tower sein support units und ist die einheiten die ich auf die karte geholt habe flack regiment die habe ich geholt flack bataillon wo stehen denn die jetzt 202 1 6 0 ach die stehen beim ach die sind beim okl ok gelandet schweres flack bataillon da sind sie eben nicht die sind schon verteilt worden die steht hier bei der dritten panzerarmee ok ok sind also schon verteilt worden also neuntarmee siebte score steht sechstes score steht zehntes zwanzigstes score steht ne da müssen wir nichts machen da bleiben wir einfach genau so stehen wie wir jetzt hier sind viel mehr einheiten habe ich jetzt hier auch nicht ist der was dann fangen wir wieder gehen wir wieder ganz den osten drüber dann können wir eher entscheiden welche einheiten nach norden darüber müssen das gute ist schauen wir uns hier mal die aufklärung situation an wir wissen relativ gut bescheiden die sowjets haben offensichtlich hier auf unserer ganz rechten flanke bei astrakhan momentan anscheinend nichts großes vor ich habe jetzt hier noch mal kurz ein bisschen bisschen redebedarf denn ich habe jetzt öfters die kommentare auf youtube gelesen warum ich denn hier behaupten diese bereichs und aufwand betreibe die einheiten hier in dem bereich ja ich sag mal rückwärtigen raum zu sichern warum ich mir überhaupt so große gedanken mache ich könnte ja davon ausgehen dass die sowjets hier keinen angriff führen denn die nachschubsituation ist für die sowjets hier natürlich deutlich schwieriger das ist komplett natürlich richtig aber wenn man sich anschauen das ging ja keine eisenbahnschienen hin aber wir dürfen eine sache nicht vergessen wenn wir zurückgehen an den sommer 41 über was für große distanzen wir fortgeschritten sind wie viele hunderte kilometer wir fortgeschritten sind ohne anschluss an das eisenbahnnetz zu haben und haben es ja auch geschafft dass es ist dadurch dass sie da nicht versorgt werden können oder schlecht versorgt werden können heißt ja nicht dass sie sich über monate hinweg nicht ihre depots zum beispiel es können hier hinten jede menge depots sitzen ja oder die einheiten über monate weg immer wieder verbessert worden seien immer mehr nachschub erhalten haben bis einfach ihre depots voll sind und sie dann durchaus aber mal im zeitraum von drei vier fünf sechs wochen auch eine offensive starten können also nur dass die versorgungssituation schlecht ist heißt nicht dass sie dort nicht angreifen können und das problem ist wenn sie hier angreifen klar gibt es erst mal nicht viel zu holen können sich erst ganz zurückkommt das größte problem ist allerdings dass unsere flanke offen ist das heißt wenn wir hier einbrüche in diesem sektor haben ich klicke jetzt hier mal so durch und der feind hier durchkommt dann müsste ich im schlimmsten im schlimmsten fall müsste ich ich sage jetzt mal eine verteidigungslinie aufbauen die sich hier komplett in den süden runter zieht ja also immer weiter immer weiter bis man ganz im süden sind als schreckensmoment klar die front würde ich erst mal so weit verlängern wie die sowjet stehen aber sie könnten immer weiter versuchen uns quasi zum gehen zum gehen zum gehen zum gehen und dadurch habe ich am ende einfach mehr einheiten mit denen ich irgendeine front ja quasi bilden muss von daher ist es schon hier richtig so dass ich auch diesem bereich hier maximale aufmerksamkeit widme zumal hier auch noch unsere schlechtesten einheiten stehen mit den ungarn den italienern und den rumänen von daher denke ich ist es schon wichtig dass wir den aufwand betreiben so aber hier kann man im großen ganzen alles erstmal stehen lassen die italiener sind im refit die werden auch noch ein bisschen brauchen das ist auch in ordnung so da passt noch eine einheit rein vielleicht sollte ich noch mal hier eine der italiener die ist in der reserve zur 95 prozent das in ordnung die können wir lassen hier sind die italienischen kurs er steht hier die 26 der panzer division auf 78 prozent die kann auch im refit bleiben die achte panzer division ist auf 86 prozent wir können auch da mal einen blick reinschmeißen was denn die eigentlich derzeit für einheiten hiermit drin stehen haben ausgerüstet sind die vor allem was haben wir hier panzer 38 hammer 46 stück panzer 3 hammer 36 stück panzer 2 immerhin noch 32 können also sehen dass hier panzer 4 haben wir nicht viele stehen 2 und 1 wir können mal hier schreien schon in die die toe da können wir sehen es eine der 42b tier 4 panzer division müsst euch vorstellen dass natürlich im lauf des krieges natürlich die einzelnen panzer und infanterie divisionen immer wieder andere soll bestände haben sollten ja das natürlich verändert worden ist während es mir 41 hauptsächlich panzer 3 waren gibt es mal irgendwann auf panzer 4 also natürlich werden die divisionen auch dem technologischen fortschritt und dem verfügbaren material mit angepasst und da ist in diesem spiel natürlich auch immer änderungen drin wir können zum beispiel sehen dass das nächste nächste upgrade steht es nicht an wann das ist wir können sehen in der nächsten runde wie sie das ganze verändert ja nochmal zurück switch display ja da steht dann zum beispiel drin im nächsten ttoe hätten wir zum beispiel schon deutlich mehr panzer 4 die uns zustehen würden und so weiter und so fort also da folgt man aber auch einem historischen vorbild sowie die panzer division damals dort auch angepasst worden sind findet man das hier in dem spiel auch entsprechend wieder gut schauen wir noch mal aber ich glaube tatsächlich auch wenn es mir schwer fällt viel zu bewegen habe ich jetzt hier derzeit nicht hier kommt knapp 1000 tonnen nachschub an 637 tonnen nachschub vielleicht setzt man mal die hauptquartiere die rumänen was aber die zweite rumänische armee setzen wir mal hier über ein freundes depot mit rein ja und letztendlich die 305 infanterie division die müsste mal wieder aufgefrischt werden steht uns aber auch einiges gegenüber hier zwei schützen division eine schützen brigade 57 kurs ausgelastet die nächste schwierigkeit ich ein bisschen habe ist dass die dritte panzer mir ja auch noch steht hier noch auf assault ja das die steht noch auf assault also eine eine stoßarmee dementsprechend bekommt sie mehr nachschub zugewiesen da dementsprechend geht auch weniger nachschub an die infanterie wie soll das problem ist wenn ich ihnen als solz status nehme können sie auch weniger einheiten muss beinhalten momentan können haben wir 36 36 führungspunkte quasi übrig eine infanterie division sind zwei kosten zwei führungspunkte dementsprechend kann ich hier wir sind 24 34 36 ausgefüllt wenn ich diese armee zu einer nicht mehr also die stoßarmee status weg nehme dann war wir können ja mal schauen 36 die vierte panzer me ist nämlich keine stoßarmee die panzer wie viel befehlspunkte haben wir hier 27 also neun stück weniger das sind vier divisionen da aber hier unten sämtliche armeen auch schon voll sind auch keine einheit mehr aufnehmen können wir können hier vorbei schon bei der sechsten armee 26 von 27 bei der elften armee sind wir bei 26 27 also wenn ich die auflöse wüsste ich erstmal gar nicht wohin mit den ganzen einheiten alles organisatorisch ist gerade gar nicht so einfach drum belastet jetzt einfach noch mal dabei dass die panzer armee in derzeit noch ihren schlussarmee status weiter behalten und tatsächlich fällt mir hier nicht mehr viel ein was ich hier noch machen kann 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 oder sollte das habe ich ja letztes mal eigentlich schon alles recht gut hier da was wir ziehen die zwanzigste infanterie division der italiener hier noch ab sehen ein bisschen auffrischen dasselbe machen wir mit der neunten ja selber machen wir mit der neunten ist jetzt kein platz drin doch einmal auf refit ebenfalls refit ja in dem bereich in dem bereich kann es nicht unbedingt besser machen aufpassen muss ich natürlich jetzt hier bei der sechsten armee da haben wir letztes mal ja die angriffe auch erlebt deswegen haben wir uns hier auch recht gut verstärkt wir schauen mal nach wir haben noch eine der 60 60 motore division gehört zur vierten panzer armee da ist die frage ob ich das wirklich die vierte panzer wie noch machen soll also wir prüfen dritte panzer armee ist voll vielleicht verleicht die dritte panzer armee auch mal eher in den raum in dem sie benötigt wird oder das hauptquartier gut dann haben wir die zweite panzer armee in dem raum stehen ja da haben auch noch jede menge platz wisst ihr was dadurch dass die einheiten jetzt hier schon in dem raum stehen werde ich die jetzt auch hier oben die 60 motorisierte werde ich jetzt hier oben auch der zweiten panzer armee zuweisen mal schauen wir wenn wir hier noch ein chor frei haben ja das chor ist noch komplett frei das 49 59ste kor in der 7 infanterie steht guter hätte noch platz es wäre eine motorisierte einheit wisst ihr was das machen wir auch beschrieben wir verschiebe ich die einheit hier hoch oder hier ist voll ne wir machen ich mache hier ein neues chor auf ich mache hier ein neues chor auf das ist ja offen das ist das 39 der motorisierte kor die 60ste motorisierte ans 39ste und dann verlegen wir die einheit erst mal grob hier rüber wo genau hin sehen wir dann noch dann haben wir die 69 infanterie division bei der sechsten geht es nicht unter bei der elften ja auch nicht also ihr seht schon momentan sind eher die administrativen phasen sehr sehr wichtig was mache ich mit der infanterie division sämtliche einheiten sind hier voll sieht so aus bei der vierten vierte ist auch voll dann würde ich fast sagen wir stecken die infanterie einheit vielleicht tatsächlich eben auch erstmal noch zur zu dem chor hier oben die stehen auch gut da ist interessant dass ich mich hier mit dem administrativen zeug wesentlich schwerer tue oft mit den entscheidungen als ob als als operative entscheidungen also zu sechsten ich suche jetzt einfach einen platz wo ich die infanterie division noch gebrauchen kann er ist das schickt jetzt hier hoch einmal hier rüber und dann kommt die an das motorisierte kor mit dran dann ist die da aufgeräumt hier im armee gruppe b die stimmen mal direkt nach stallingrad rein da lassen ist auch ein depot oder ja die 95 infanterie division die ist im refit die bleibt auch noch im refit und dann haben wir die 57 aus bayern die bleibt ebenfalls im refit ansonsten sind unsere panzer corps auf im reserve status das heißt dass hier der einheit mal rausgenommen ich wissen dass die toten kopf ohne 69 wird hier rausgenommen ist das wenn die rausgenommen wird könnten wir eigentlich noch ein bisschen schabernack mit ihr treiben aber noch irgendwas was wir angehen könnten hier ne ist nicht man braucht es hier nicht sinnlos irgendwas angreifen dann sind wir im bereich der sechsten armee tatsächlich auch schon fertig kommen wir was macht denn hier das 40ste panzer corps eigentlich georg stumme warum ist der stumme hier zugericht zur dritten panzer armee die ist doch voll dritte panzer armee das corps ist voll das corps ist voll ach da sind nur zwei zwei nee da sind jede menge corps dran sind der rest das war ja drüben glaube ich muss mir offen lassen ich weiß gerade nicht wohin mit dem stumme der zweiten panzer armee auch schon viel kurs dran ja ich habe es mir zu eigen gemacht dass ich immer einige divisionen die den kurs kann platz finden dann direkt an dem mehr anbindet das mache ich mit den einheiten die im refit stehen aber ich wüsste jetzt gerade nicht ich habe gerade keinen verwendungszweck für das 40ste panzer corps da fällt mir schon was ein war dass mir das schwer fällt unglaublich also 40 das panzer corps keine ahnung wie sieht es aus beim beim vierten der vierten panzer armee da haben wir derzeit 1 2 3 4 kurs ja ich überprüfe jetzt nochmal dritte panzer armee hat vier kurs mehr braucht man nicht die zweite panzer armee hat ebenfalls vier kurs braucht man nicht dann bringen wir das hauptpartie hier weiter nach norden das wird dann teil machen wir jetzt gleich teil der vierten panzer armee wo ist sie bitte panzer armee jawohl und weiter erst mal richtung norden gut dann habe natürlich die lücke hier zu stopfen wir haben hier das sowjetische zwölfte panzer doch panzer corps was hier eingedrungen ist ich habe jetzt mal so leichtfertig gesagt dass das wahrscheinlich kein allzu großes problem sein wird das sehe ich auch nicht jetzt schauen wir mal wir stopfen jetzt die lücke hier so die frage doch wir stopfen die lücke hier die 293 steht recht gut da wir nehmen die 170 aus dem refit hier mit rein hier ist die verteidigung bei der 293 natürlich relativ schwach ich überlege gerade ob wir hier teile des 59 kurs noch nehmen könnten ich muss auf alle fälle jetzt hier abdichten haben auch eben noch norden hin dann nehmen wir die 60ste motosiert ein stückwärter hoch ja ich führe ich denn da dran drittige wächsiger die vision die an das motorisierte komme dran hier jawohl verlockend wäre es hier in angriff zu führen gegen was haben wir hier das sechste panzer corps vielleicht wäre das was wert die fünfte panzer division was wird von neun dass wir hier oben versuchen die die sowjetischen panzer heraus zu bekommen macht das sinn nein es macht keinen sinn ich wollte hier oben nicht weiter angreifen ziehen hier mal die 10 panzer division hier ebenfalls raus ebenfalls in den reserve modus und dann nehmen wir die motorisierten verbände hier noch mit raus und schauen dass wir hier die frontlinie noch absichern ok ich habe viel zu wenig erfahrung mit mit den reserveeinheiten wann wann die dann auch greifen wann ja wirklich angreifen oder eingreifen die gefechte aber für mich sieht jetzt alles hier ist kein angriff zu erwarten wenn dann eher in diesem bereich da sind wir jetzt mit den verteidigungswerten stehen eigentlich relativ gut hier sieht es noch nicht so gut aus vielleicht müsste ich den noch verstärken habe ich hier noch irgendwas hier oben sind auch drei panzer corps hier ankommen rückwärtiger raum 297 die kann eigentlich auch schon wieder an die front ran ich leime jetzt hier die 45 aus und übergebe die ebenfalls dem panzer corps hier drüben hier ist gewalt im sitz das 39 so ich habe schon mal gemacht oder ja das war die falsche herr kommt dann müssen wir jetzt noch ein mn rausnehmen hier immer noch raus so jetzt passt ok ja so schwer es mir fällt aber auch in dem bereich bin ich jetzt eigentlich fertig würde ich auch sagen den rest lassen wir uns noch offen für die nächste folge dann kann ich etwas weiter mit den zähnen knirschen und hoffentlich eine entscheidung fällen wo noch die ein oder anderen händen kommen es fällt mir wirklich wirklich schwer diese verteidigungslinie umso länger ich darüber nachdenke umso größere sorgen habe ich dass ich doch hätte am don bleiben sollen aber jetzt stehe ich hier wo ich stehe und jetzt mich zurückzufallen lassen macht auch keinen sinn ich weiß nicht was von den soft jetzt noch kommt wir bleiben jetzt hier die linie steht wer dringend raus müsste 93 83 hier 52 prozent kann ich hier vielleicht ein bisschen nachschub hinfliegen damit die zumindest etwas ne ich habe keinen nach wie vor noch keinen nachschub flieger hier stehen die werden alle noch verlegt wenn ihr euch erinnern können wir können mal reinschauen wo die denn derzeit hier sind kampfgruppe zu besonderen verwendungen jetzt sind noch keine da transportgruppe süd doch die sind da und die werden noch aufgebaut ich muss einheiten direkt nach stalingrad bringen ich habe hier keine depots stehen oder doch hier jetzt mal das depot mal auf eine 4 dass die hier anhäufen ok haben wir es für den zug ja ich bin ich bin nicht glücklich aber ich kann nur mit dem arbeiten was ich habe mehr habe ich gerade nicht die front ist lang kommen augen zu und durch wir sind in der nächsten ausgabe würde mich freuen wenn wir uns da wiedersehen würden und bis dahin wirklich gute taktische operative und natürlich auch strategische entscheidungen auf alle schlachtfelder macht es gut servus